Wie kommen die Känkurus in die Eiche Noah? Das fragt der Sohn seine Mutter. Gott hat sie springen lassen von Australien zu Insel zu Insel, bis sie bei der Eiche waren. In seinem Buch Magdalena, eine Familiengeschichte, erzählt Martin Tart die Geschichte seiner Mutter. Und er merkt schnell, wie wenig er weiß über sie, ihre Zeit vor seiner Zeit und über das, was sie in ihren Inneren dachte und fühlte. Aber an eines erinnert er sich genau, an ihren orthodox-kalvinistischen Glauben. Schon früh wurde der Sohn damit konfrontiert. Du musst glauben wie ein Kind, sagte die Mutter immer. Martin Tart antwortet schon als kleiner Junge, ich bin ein Kind, aber ich kann nicht glauben wie ein Kind. Für die Mutter war alles einfach im Glauben, für den Sohn alles schwierig. Wie die Geschichte mit dem Känguru und der Eiche Noah. Die Mutter weiß immer eine Antwort. Das Buch Magdalena ist auch eine Rechtfertigung des Autors, warum er nicht glauben kann. So als müsste er das der Mutterpostum noch einmal erklären. Zu Lebzeiten konnte er es wohl nicht. Und dennoch spürt man das ganze Buch hindurch eine gegenseitige Annahme. Er nimmt die Mutter so wie sie ist. Er hört bis zum Schluss all ihre Geschichten geduldig an. Vielleicht aus Dankbarkeit, weil sie ihn auch genommen hat. So wie er ist. Mit seinem Unglauben und seinem Ringen um diesen Glauben. Glaube und Unglaube nebeneinander. In Respekt und im Ringen. So ist unser Leben heute. Das macht es ja erst interessant. So ist unser Leben heute. Und dann bin ich glücklich. continuit aus dem Nenken. Mit seinem Unglauben.